Hallo Ladies and Gentlemen, wir stehen vor einem Haus in Florida mit Leglage, das zum Verkauf steht, aber bestimmt nicht lange. Es kostet nur 323.000 US-Dollar. Die Hauspreise steigen in Florida wieder. Was vor kurzem noch zu unglaublichen Preisen angeboten wurde, ist heute dafür nichts mehr zu bekommen. Unsere Florida-Preise sind aber für Europa-Verhältnisse immer noch unglaublich günstig und sicher eine der besten Geldanlagen. Dieses Haus hat drei Schlafzimmer, zwei Bäder, ein Wohnzimmer, eine Küche, außerdem ein Pool und eine 2K-Garage. Danke für das Anschauen dieses Films mit sonnigen Grüßen aus Florida.